Hallo zusammen, wie ihr schon an dem Klarnamen festgestellt habt, ich komme aus einer anderen Branche. Ich beschäftige mich unter anderem mit synthetischer Biologie, Biosicherheit und artverwandten Themen und wurde neulich mal irgendwann, als ich mich mit Fede und David unter anderem unterhalten habe, gefragt, ob ich nicht mal ein bisschen was im Space dazu erzählen könnte, weil potenziell Interesse besteht. Hier bin ich, Brave New World of Biotechnology. Heute geht es ein bisschen darum, was in der Industrie aktuell gerade passiert im Hinblick auf Datensicherheit, Genomdaten und Ausblicke und Implikationen, die das für unser aller Leben haben könnte in erster Linie. Hier jetzt auch Fokus auf humane Anwendungen und dann hinterher 20% habe ich noch so ein bisschen Symbio und so weiter, kommen wir dann dazu. Erstmal die Einstiegsfrage. Was würdet ihr machen, wenn ihr die DNA von Flüchtlingen, irgendwelchen Promis und oder Models oder aber auch jeder Person, die hier gerade in diesem Raum anwesend ist, hättet? Was würden Unternehmen mit diesen Informationen machen können? Ich weiß nicht. Bin ich das? Können wir jetzt das Kabel so ein bisschen lieber auf? Da sind wir wieder? Das heißt, dass der Beamer einmal ausmachen und wieder machen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Erstmal Einstiegsfrage. Was ist überhaupt DNA? Aus dem Fernsehen kennt man es immer wie auf der linken Seite. Das ist allerdings nur ein Ausschnitt. Damit, wenn wir das jetzt mal auf den Menschen betrachten wollen, ist DNA auch das da. Das ist so ein schöner Chromosomensatz. Aber auch das ist noch nicht wirklich DNA, womit man in diesem Kontext arbeiten kann. Interessanter wird es dann hier. Ganz kurzer, grober Überblick. DNA ist im Organismus sehr, sehr komprimiert, aufgewickelt zu Chromosomen. Wie Matroschka im Prinzip das Paket, im Paket, im Paket, im Paket. Und irgendwann, wenn wir das komplett aufwickeln, wenn wir die Helixstruktur aufwickeln, haben wir die genetische Information als die vier Basen der DNA, ATG und C. Das ist für den Bioengineer so ein bisschen wie die Einsen und Nullen im Computer. Das System funktioniert ganz grob im Prinzip so, dass jeweils ein Dreierpaar davon für eine Aminosäure kodiert. Und ganz viele Aminosäuren machen dann irgendwelche Proteine, die im Körper irgendwelche Sachen erfüllen. Das kann man lesen und auslesen. Ganz früher sah das mal so aus. Das ist ungefähr so das Äquivalent zu Hexcode vielleicht. Wenn man weiß, was da steht, weiß man das. Wenn man das nicht weiß und man drauf guckt, guckt man erstmal blöd. Das Ganze kann man etwas vereinfachen und maschinell aufbereiten. Entstehen tut das, indem man die DNA, die man vorher hatte, in ganz viele kleine Teile zerhackt, die hinterher wieder vervielfältigt. Da gehe ich jetzt gar nicht groß drauf ein. Aber man kann diese einzelnen Bruchstücke mit Signalmolekülen versehen. Das klassische Beispiel wäre radioaktiv zum Beispiel. Was man heutzutage macht, sind fluoreszierende Sachen. Die kann man dann mit einem Laser anregen und dann leuchten die in verschiedenen Farben. Das wiederum kann man dann vom Computer auslesen lassen und kriegt dann so eine schöne Wellendiagramme. Die dann hinterher relativ automatisiert sagen, okay, das ist die Reihenfolge der Informationen, die man da hatte. Ganz früher brauchte man dafür irre Mengen an DNA. Heutzutage gibt es Technologien, da kann man ein einzelnes DNA-Molekül aus einer einzelnen Zelle durch so eine kleine Pore ziehen und der lest das in Echtzeit ab und sagt dir, was dabei rauskommt. Nur ganz grob mal zum Überblick, worüber wir hier gerade reden. Das kennen wir mehr oder weniger. Die schwarze Linie da oben ist Moore's Law. Die blaue Linie sind die Kosten pro sequenziertem Humangenomen. Die rote Linie ist das 1000 Dollar Genome, das irgendwann im Jahre 2001 mal von wichtigen Menschen postuliert wurde. Hier sehen wir zwei interessante Dinge. Erstens, Biologie interessiert sich nicht so wirklich für Moore's Law. Wir können das schneller machen. Das zweite Sache ist, Ziele zu haben ist blöd, weil seitdem wir das Ziel erreicht haben, passiert nichts mehr. Das hängt jetzt unter anderem auch mit Materialkosten zusammen, aber wenn wir gesagt hätten, wir wollen ein 100 Dollar Genome, dann wären wir da wahrscheinlich mittlerweile auch. Interessant in dem Kontext ist auch noch, damals 2001 hat das erste Humangenomen, was komplett sequenziert wurde, 13 Jahre gebraucht. Von Auswertung bis Zusammenpuzzeln aus vielen Einzelteilen und so weiter und so fort. Wenn ich das möchte, kriege ich das heute über Nacht. Ging also alles deutlich schneller. Und darauf aufbauend hat sich jetzt eine Industrie entwickelt, die vielleicht für alle hier anwesenden Menschen interessant sein könnte. 23andMe hat vielleicht schon mal jemand gehört. Ihr könnt also Kids bestellen für relativ wenig Geld, 99 Dollar. Ihr könnt da dann rein spucken, das zu denen einsenden und wenn das zum Beispiel auch eure Familie gemacht hat oder so, dann sagt ihr euch, okay, mit dem seid ihr ein bisschen mehr verwandt als mit dem und so weiter und so fort. Das geht weiter. Andere Anbieter, Gesundheitsdaten auch unter anderem. Gesundheitsdaten ein bisschen umfangreicher. Also der andere Anbieter hier überprüft die 28 verbreitetsten Risikofaktoren. Keine Ahnung, Brustkrebs, was man sich so vorstellen kann. Und wir können auch herausfinden, ob wir ein Superheld sind. Wir können feststellen, wie wir uns am besten ernähren sollen. Und wie unser ideales Fitnessprogramm aussieht. Wem das noch nicht weit genug geht. Online-Dating. Man wendet seine DNA ein und irgendwie finden sie heraus, wie der ideale Partner genetisch auszusehen hat. Ihr Lacht ist tatsächlich nicht völlig unsinnig, weil es diverse Faktoren im Immunsystem gibt, die gegeneinander kompatibel oder nicht kompatibel sind. Und das spiegelt auch so ein bisschen in Pheromonen und so weiter wieder. Also man kann das schon testen, ob das sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Wenn ihr das nicht sinnvoll fandet und versehentlich auf klassischem Wege euren Partner kennengelernt habt, können die Gene euch aber auch noch sagen, wie eure Beziehung besser wird. Was ich dann ganz spontan noch gefunden hatte, ist der da. Finde ich auch gut. Schick mal deine Genprobe hin. Die sitzen in Kanada, ist also nicht ganz so problematisch. Aber tatsächlich ist es auch hier wieder so, dass bestimmte Gene, bestimmte Cannabinoide verträglicher und oder lustiger machen. Kann man sich überlegen, ob das eventuell sogar funktioniert. Hintergrundinformationen dazu. Sehr beliebt sind beispielsweise diese Krebsrisikotests. Es gibt allein für Brustkrebs ungefähr, aktuelle Meta-Analyse schätzt mal 350 Mutationen, also sprich einzelne Basen, ein A oder ein T oder so zum Beispiel, die sich auf über 130 Gene auswirken, die dann in Kumulationen und oder in Wechselwirkung mit anderen Sachen Risikofaktoren darstellen können. Wir erinnern uns zurück. Ein Genom kostet aktuell ungefähr 1000 Dollar. Diese ganzen Tests hier kosten ungefähr so 100 bis 300, 400 Dollar, je nachdem wie umfangreich die sein sollen. Das sind nicht Komplettsequenzierungen, die dort gemacht werden. Das sind spezielle Multiplikationen der Bereiche, die dann analysiert werden. Aber man hat natürlich die Firma mal eure DNA. Der ganze Markt wächst. Ich hatte jetzt keine aktuellen Daten gefunden, wollte jetzt nicht durch irgendwelche Börsenberichte gehen, deshalb ist das jetzt 2017. Wir können mal davon ausgehen, dass ungefähr diese exponentielle Kurve, die Ancestry da zeigt, bei allen anderen das auch macht und sich entsprechend weiterführt. Ist also ein Riesenmarkt, weil hey, ich finde raus, mit wem ich verwandt bin und es macht auch Spaß, so ein Kit mal zu benutzen. Soweit, so gut. Jetzt kommen wir mal zu dem wirklichen Businessmodell dieser Firmen. 23andMe hatte ich schon gemeint. Da gab es vor drei Jahren, kam es dann raus oder wurde es dann offiziell, dass es einen Hintergrund gibt und zwar werden diese Daten, die dann da von euch gesammelt werden, weitergereicht an andere Unternehmen, die die gerne kaufen möchten. Das sind aktuell in der Regel Pharmakonzerne, die diese Metadaten nutzen, um festzustellen, dass 99% der Menschen, die Brustkrebs haben, eine Mutation in diesem Gen haben. Komme ich später zu. Wenn man Daten handeln kann, kann man die auch auf eine Blockchain werfen. Warum man das machen würde, müsst ihr mir sagen. Was passiert, wenn wir große Sätze an Metadaten haben? Wir wollen da nicht mehr selber durchgucken. Es gibt also auch zusätzlich zur Blockchain-Verwertungsindustrie eine Sekundärindustrie, die uns das Ganze auswertet. Und Amazon Web Services und so weiter bietet da natürlich dann auch ihre Server dazu, um die relativ umfangreichen Datensätze dann auch zu speichern am Ende des Tages. Kommen wir mal zu Anwendungsbeispielen. 23andMe hat ihren Datensatz beispielsweise an die Pharmaindustrie weitergegeben. Es sei gesagt, dass mittlerweile in den AGBs auch steht, dass sie das machen. Allerdings keine personalbezogenen Daten, sondern wirklich nur die Metadaten. Ob das ein Problem ist oder nicht, besprechen wir gleich. Es gab vornehmlich in den Staaten, in den letzten Monaten und im letzten Jahr vor allem, ein paar Dinge, die ans Licht gekommen sind. Ist vielleicht eine Negativkonnotation, aber die groß in der Presse waren auf jeden Fall, wie diese Genom-Daten auch genutzt werden. Zum einen wurde von GED-Match, sagt mir jetzt persönlich nichts, ist auch egal, der komplette Datensatz einfach mal an die US-Behörden weiterverkauft, weil die festgestellt haben, hey, da kann man ja was mit machen. Dann gab es einen anderen Fall, den einige von euch bestimmt mitbekommen haben, Bauch auf Heise seinerzeit, dass anhand von diesen Verwandtschaftsbestimmungs-Gentests auf einmal über drei Ecken irgendein vermeintlicher Mörder gefunden wurde, der selber gar keinen Gentest in Auftrag gegeben hat, aber seine komplette Familie und dann hat man halt festgestellt, okay, ich habe da mal DNA gefunden, das hat so und so viel Match mit der Person und der Person und der Person und die sind alle verwandt und dann suchen wir mal alle anderen Männer in der Familie und lassen die mal Gentests abgeben und auf einmal haben wir dann einen Mörder gefunden. Oder einen vermeintlichen Mörder. Oder wir haben einen anderen vermeintlichen Mörder sozusagen von seinen Anschuldigungen freisprechen können. Das Problem ist, der war zu dem Zeitpunkt schon tot, aber das ist eine andere Geschichte. Das Problem ist nämlich, da gibt es einige Präzedenzfälle auch, dass in den 70ern hat man sich über DNA noch nicht so viele Gedanken gemacht. Wenn ihr heutzutage irgendjemanden umbringen wollt und ihr verliert am Tatort eine einzige Hautschuppe, kriegen die euch. Mord ist heutzutage eine schlechte Idee, Forensik ist gut. Hier gibt es jetzt diesen Polizisten, der in eine ganze Menge Fälle involviert ist, beziehungsweise im Kontext dieser Fälle man DNA-Spuren gefunden hat. Jetzt kann man sich mal fragen, ist das ein Polizist, der tatsächlich nebenbei als Hobby irgendwelche Leute umbringt? Oder ist das ein Polizist, der versehentlich Polizist ist und am Tatort war? Kann im Nachhinein keiner mehr klären. Macht schöne Schlagzeilen, wird wahrscheinlich auch keiner mehr klären. Eindeutig sowas rauszustellen, wenn man im Vorfeld keine Negativprobe abgegeben hat, was heutzutage Polizisten, Forensiker und so weiter machen. Die sind dann sozusagen im System, da wird dann abgeglichen, da stellt man dann raus, okay, positiv, weil der Typ hat wieder seine Schuhe irgendwie nicht mit Überschuhen getragen oder so. Positive Anwendungen. Gentherapie, zum Beispiel prominente Firmen sind beispielsweise CRISPR Therapeutics und Editors Medicine, die auf diesen Metadaten basieren. Nicht zwangsläufig gekaufte Datensätze, aber auch einfach klinische Studien von Patienten, wo dann bestimmte DNA-Abschnitte einfach mal analysiert wurden. Sehr beliebt. Diverse Krebsformen, Sichelzellanämie, alle Erbkrankheiten, die man sich sonst so vorstellen kann, kann man potenziell daran erstmal als lohnendes Ziel festmachen. Wie würde das im Prinzip funktionieren, wissen wir selber noch nicht ganz, so weit sind wir noch nicht, dass wir diese Therapien dann auch im Organismus dahin kriegen, aber beispielsweise alles, was irgendwie Knochenmark befällt, nimmt man Knochenmark, behandelt das Knochenmark, kürzen wir es mal so ab, gibt dem Patienten eine Chemotherapie, tötet sozusagen alle körpereigenen Zellen ab, transplantiert dann die behandelten Zellen und damit ist das Knochenmark dann eben editiert und die Erbkrankheit, die im Knochenmark hängt zum Beispiel, wäre raus. Kann man ganz gut, also gut in Häkchen, aber mit diversen Leuchemieformen zum Beispiel machen. Gab es vor zwei Jahren einen Fall, da war ein Säugling, unheilbar, dann haben sich Ärzte und Eltern entschlossen, das mal zu versuchen, dem Kind geht es gut, symptomfrei. Anderes Beispiel, Gene-Editing. Gene-Editing und Gene-Therapy, der Unterschied ist, Gene-Editing zielt auf Keimzellen ab, sprich, das kann auch weitergegeben werden. Den Mann da oben hat man im letzten Jahr auch häufiger mal in den Medien gefunden, das ist ein chinesischer Wissenschaftler, der die CRISPR-Babys kreiert hat, die er im Prinzip gegen HIV immun machen wollte. Wurde jetzt gerade zu Gefängnis verurteilt, meiner Meinung nach nicht, weil er irgendwas Böses gemacht hat, per se, auch wenn die wissenschaftliche Gemeinde dem sehr kritisch gegenübersteht, sondern mehr, weil er damit zu publik gegangen ist und die Chinesen handeln mussten. Weiter machen werden sie es garantiert. Und das wirft Fragen auf, die auch in der Presse relativ präsent sind. Und die Russen waren jetzt vor dem Urteil, aber auch Russland plant, Sachen damit zu machen. Kann man sich jetzt mal überlegen, wenn man den hinreichend großen Datensatz hat und weiß, was man machen muss, um Supersoldaten zu züchten zum Beispiel, kann man das relativ einfach machen, um mal ein sehr plakatives Beispiel in den Raum zu werfen. DIY-Biology ist auch sehr schön. Zwei Beispiele. Das obere ist nicht Jesaja. Jesaja ist relativ seriös in dem, was er tut. Aber falls irgendjemand von euch laktoseintolerant zum Beispiel ist, ihr braucht ungefähr 3000 Dollar und eine Woche Zeit, dann habt ihr euch in eurem Keller eine Gentherapie dagegen zusammengebaut und seid hinterher nicht mehr laktoseintolerant. Ist das sicher? Wenn ich laktoseintolerant wäre, ich würde es machen. Ist es getestet? Nein. Der gute Mann hat halt einfach ein Paper gefunden, hat gesagt, ich probiere das jetzt mal aus und trinkt jetzt wieder Milch. Andere Sachen, die so Leute machen, haben wir es unten rechts. Man kann sich zum Beispiel irgendwelche Wachstumsfaktoren in seine Muskeln injizieren. Das sinnvoll ist, sei dahingestellt. Es gibt einen relativ prominenten YouTuber, der züchtet gerade leuchtende Hunde. Die Schwelle ist durch technologischen Fortschritt sehr stark herabgesetzt worden. Es gibt mittlerweile Anbieter, die so kleine Laborköfferchen anbieten. Da ist eine Zentrifuge drin, da ist ein Gelreader, mit dem man so schöne Bandenbilder, wie ich da am Anfang gezeigt hatte, machen kann. Ein PCR-Cycler, um Gene zu amplifizieren und alles und so weiter und so fort. Für 2000 Dollar ungefähr. Ist nicht komfortabel, hat aber alles, was man braucht, um sich zum Beispiel von seiner Laktoseintoleranz zu befreien. Das war jetzt ein ganz schneller, sehr oberflächlicher Überblick über das, was aktuell so im Feld humane Applikationen und so weiter passiert. Dazu wollen wir jetzt mal ein paar Fragen aufwerfen. Erstens. Wem gehören eigentlich meine genetischen Informationen? Gehören die mir, weil das meine DNA ist? Gehören die der Firma, der ich das Recht übertragen habe, die zu benutzen, wie mein Gesicht mit der Face-App, die neulich mal irgendwann auf Facebook rumflog? Gehören die der Firma, die diese Informationen von dieser anderen Firma kauft? Gehören die der Regierung? Man weiß es nicht. Wenn du unter 18 bist, ja. Wenn du über 18 bist, vielleicht. Die Eltern haben das erzeugt. Überheberrecht. Überheberrecht, genau. Spinnen wir das Beispiel jetzt weiter. Wenn du jetzt von deinem Vater noch irgendwo seinen Lieblingshut hast, da hängt noch ein Haar dran. Darf ich die Haare meines Vaters, wenn ich mit der Technologie soweit bin, in Spermien zurück umprogrammieren, um meinen Vater damit zu klonen? Ist ein bisschen weit hergeholt. Aber theoretisch vorstellbar. Vorstellbar. Viel interessanter in diesem Zusammenhang ist aber, dass euch diese Frage aktuell niemand beantworten kann. Die Politik ist mit solchen Sachen, gerade hinter so einer rapiden Entwicklung, natürlich hinterher. Dann wird es weiter komplex, denn wenn die Firma in den Staaten sitzt, ich in Deutschland mit ihr einen Kaufvertrag abgeschlossen habe, sie die Daten an eine andere Firma weiterverkauft, die beispielsweise in Russland sitzt, die das Ganze auf einem Server auf den Cayman Islands lagert und so weiter und so fort, haben wir auf einmal ein Problem. Ein anderes Problem ist relativ simpel. Was ist diese DNA wert? Das kann man ganz einfach beantworten. Ihr kennt sicherlich Island. Auf Island gibt es eine App, die euch, wenn ihr abends jemanden in der Kneipe trefft, sagt, ob ihr in dieser Nacht versehentlich mit dieser Person ein Kind zeugen solltet oder ob ihr es lieber bleiben lasst. Der Hintergrund ist, dass es relativ wenige Isländer gibt. Richtig, genau. Also es gibt ungefähr 363.000 Isländer. 362.800 irgendwas, um es genau zu nehmen. Da ist also der Gefahr der Inzucht relativ hoch. Deshalb hat die isländische Regierung einen sehr umfangreichen, erschöpfenden Stammbaum der Gesamtbevölkerung angefertigt, auch mit genetischen Informationen und allem Pipapo, um halt eben zu vermeiden, dass man sich mit den falschen Leuten paart. Diesen Datensatz haben sie 2018 an Roche verkauft. Roche ist ein sehr, sehr großer Schweizer Pharmakonzern, der diese Daten jetzt in seinem amerikanischen Branch dafür nutzt, um Gentherapien und so weiter zu erforschen. Was schätzt ihr, für wie viele Geldeinheiten hat man das verkauft? Was kostet ein Wikinger? 50 Euro pro Lase. Also, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, eine so eine komplette Sequenzierung würde uns aktuell 1.000 Dollar kosten. Verkauft hat man den kompletten Satz für 200.000 Dollar. Sorry. Sorry. 200 Millionen. So wie es mehr Nullen. 200 Millionen. Wenn wir das jetzt also durch unsere 363.000 Isländer teilen, sind das ziemlich genau 550 Dollar. Ich weiß nicht. Also, ich würde meine DNA nicht für 550 Dollar verkaufen, inklusive Nutzungsrechte, aber das hat scheinbar die isländische Regierung für Island entschieden. Wenn diese Daten kaufbar sind, ist es legitim für einen gewinnorientierten Konzern wie eine Krankenversicherung, diese Daten zu kaufen, um zu verhindern, dass ich als genetisch schwerstkranker denen auf der Tasche liege irgendwann, wenn ich 50 bin. Die Renten sind sicher. Aber wie ist denn keine Versicherung? Staatliche Versicherung, vielleicht weniger, für private Versicherungen sicherlich sehr interessant. Genetic Counseling, mit anderen Worten, habe ich 5 der 6 Gene, die dafür sorgen, dass ich chronisch depressiv bin. Sollte mein Psychologe das wissen? Sollte mein Psychiater das wissen? Weil der dann nämlich weiß, welches Medikament er mir verschreibt. Was übrigens heutzutage gang und gäbe ist, dass man für bestimmte Medikamente erstmal einen Gentest macht, um festzustellen, bin ich überhaupt mit dem Medikament kompatibel? Und jetzt das ganz Entscheidende. Kann so ein Datensatz an Metadaten irgendwie verwendet werden, um Biowaffen zu bauen? Kommen wir mal auf die Flüchtlinge zurück. Wenn eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ein Gen hat, das eine bestimmte andere Bevölkerungsgruppe nicht hat, habe ich damit automatisch und sofort das große Problem aller Biowaffen gelöst. Hintergrundinformationen, Biowaffen sind von allen relevanten Regierungen heutzutage geächtet. Da wird auch keiner mehr anfangen, auch nicht im Dritten Weltkrieg. Das Problem ist... Vielleicht im Vierten. Vielleicht im Vierten. Das Problem ist aber, was macht denn der Verrückte in seinem Keller? Da ist das wirkliche Risiko. Denn das Problem ist, wenn ich heutzutage irgendwo hingehe und sagen wir mal, ich nehme mir mal drei Wochen Zeit, kaufe mir einen Sack Blumenerde, isoliere da Antrags draus. Kann jeder Zweitsemester-Biologie-Student, wenn er ein bisschen Langeweile hat. Dann unterliegt das... Das ist nicht James Face von unserer Handbrechversicherung. Ja, so Biohacking-Spaces und so weiter sind in Deutschland sowieso politisch problematisch. Insofern sind wir da hier auf der sicheren Seite. Aber das große Problem, was Biowaffen-Forschung hat, ist, ich habe entweder etwas, was hoch ansteckend ist, ich habe entweder etwas, was eine hohe Mortalitätsrate hat, oder ich habe entweder etwas, wo ich hinterher diese Region auch noch wieder betreten kann, ohne selber Probleme zu haben. Diese drei Sachen lassen sich sehr, sehr schwer vereinbaren. Der große Filter, den man sich jetzt vorstellen kann, ist, ich targete irgendeinen spezifischen DNA-Bereich, den nur mein Feind hat. Ist sehr, sehr weit hergeholt. Aktuell, aber vor 15 Jahren hätte auch keiner gedacht, dass ich über Nacht alle eure genetischen Informationen zusammenpuzzeln kann. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass das Mass Effect 2 die Story war, die du gerade zeugt hast. Habe ich nicht gespielt, sorry, keine Ahnung. Damit hast du es jetzt immer noch nicht gespielt. Damit hast du es jetzt gespielt, genau. Und vor allem, in Narek Outings, das ist wieder der klassische Fall mit der Polizei. Wenn mein eineiliger Bruder irgendwas hat, ist die Chance relativ groß, dass ich das auch habe. Möchte ich das wissen, möchte ich, dass meine Familie das weiß. Schwer zu sagen. Schwulen. Probleme, die auch sowas vielleicht, man weiß es nicht. Probleme, für die wir teilweise mit unserem heutigen Kenntnisstand keine Antworten haben. Probleme, auf die wir keine Antworten haben werden, wenn sie relevant sind. In diesem Kontext, auch mit DIY, Bio, Biohacking und so weiter und so fort, fallen gerne Worte, die sehr zweischneidige Schwerter sind, auf die ich gleich noch mal drauf zurückkommen werde, wenn ihr noch ein bisschen Lust habt. Ansonsten wäre das hier mit vielen offenen Fragen der Datenschutz- und humanrelevante Teil dieses Vortrags. Ich würde jetzt sonst noch ein bisschen weiter gucken wollen. Technik. Das sind auch nur noch dreieinhalb Folien, da kann man aber auch sehr viel drüber diskutieren. Keiner sagt das, dann machen wir weiter. Der Bottleneck, den wir früher hatten, war die Auswertung der Informationen. Der Bottleneck, den wir heute haben, ist das Verwenden der Informationen. Ich kann so viel mit DNA rumspielen, wie ich will, aber wenn ich nur auf den Baukasten der Natur angewiesen bin, bin ich stark limitiert. Wenn man früher Gene oder DNA synthetisieren wollte, hat man sehr lange, sehr viel manuell rumpipetiert, hat dann in so 96 Weltplatten, die sind so groß, da sind viele kleine Löcherchen drin, da gehen so 100 Mikroliter Flüssigkeit, das ist ein Zehntel Milliliter, rein, da hat man dann in Kleinstvolumina, also so 10 Mikroliter oder so halt irgendwelche Sachen zusammengepackt, die dann durch schöne Reaktionen am Ende kleine DNA-Fragmente ergeben haben von 100, 200 diesen Nukleotid-Basen, die man, um sie zu irgendwas zusammensetzen zu müssen, dann noch mit Überhangen ausstatten musste, wie man dann hinterher an diesen Überhängen zusammenklebt, dann hat man da wieder Narben sozusagen, wenn man das zusammenbaut, ist alles kompliziert, ist nicht so schön, hat auch lange gedauert. Moderne Technologie, ich suche mir da jetzt mal Twist Bioscience raus, Disclaimer, Twist sponsert eine NGO, für die ich arbeite, ich kriege indirekt von diesem Laden Geld, ich mache indirekt ein bisschen Wärme vor diesen Laden, weil sie mit die Marktführer sind. Die haben das Ganze auf Chips gepackt und können damit mal eben auf einem kleinen Chip, der ist so groß, wie so ein Chip halt ist, kennt man ja so als Computer-Mensch, 9600 Gene in kürzester Zeit in kleinstvolumina zusammenbauen. Damit hat sich mit dieser Technologie die Effizienz hier um den Faktor 10 Millionen mal eben gesteigert. Das ist aber immer noch Schnitzel aneinanderkleben, bloß den automatisieren oder machen die es anders? Ja und nein. Das kommt darauf an, wie viel Geld du ausgeben möchtest und wie viel Zeit du dafür hast, dass die durch Qualitätskontrolle und so weiter bearbeiten können. Also du kannst heutzutage bis zu, ich glaube, geh weg! Ich glaube, also bis zu zwei Kilobasen ist kein Problem. Gängige Fragmente, die man heutzutage so hat, sind so 300, 400, aber das geht auch mehr. Das wird dann halt irgendwann wird die Fehlerrate und die Produktionsgeschwindigkeit und so weiter beeinflusst, aber gehen tut das alles. Damit kann man jetzt was machen, was uns ein bisschen in das Zeitalter der synthetischen Biologie befordert hat. Bevor ich jetzt zu Ginko komme, Ginko ist ein weiterer Laden, der aus der NGO, für die ich arbeite, entstanden ist und diese heutzutage sponsort. Auch hier habe ich einen Interessenskonflikt, nur um das direkt mal erwähnt zu haben. Die 2020er werden von Marktbeobachtern, Politikern, Wissenschaftlern als die Dekade der Bioökonomie bezeichnet, weil wir uns gerade dadurch, dass auch dieses Bottleneck jetzt gewissermaßen gefallen ist oder gerade immer mehr fällt, auf etwas hinbewegen, was sehr interessant, sehr potenziell risikoreich, wenn es im falschen Kontext verwendet wird, aber auch mit sehr viel Potenzial behaftet ist, solche trivialen Dinge wie beispielsweise den Klimawandel oder aber die Nahrungsproblematik zu lösen. Große Worte, warum komme ich gleich zu. Ginko ist ein relativ interessantes Unternehmen, weil sie angefangen haben, den ganzen Kram zu automatisieren. Als Wissenschaftler denkt man immer, man ist von der drohenden Automatisierung des Arbeitsmarktes befreit. Bio-Wissenschaftler werden die Ersten sein, die automatisiert werden. Das Wall Street Journal hat mal irgendwann geschrieben, dass mit der Hilfe von 10 Technicians, 10 Technicians ist im Prinzip irgendjemand, der irgendwie eine Maschine mit Flüssigkeiten beladen kann und ein bisschen Software und ein paar Robotern den Output von 50 bis 100 Wissenschaftlern machen, so ungefähr. Was Ginko macht, ist, wir haben beispielsweise ein Enzym, das aus hypothetisches Beispiel Zuckeralkohol macht. Jetzt ist diese Hefe dabei ein bisschen ineffizient. Wir haben das Enzym gefunden, was das macht in der Hefe, aber wir wissen nicht so ganz, wie man das effizienter gestalten könnte. Traditionelle Forschung folgt ja Hypothese, Experiment, Beweis. Synthetische Biologie macht das mehr so nach Engineering Prinzipien. Mit anderen Worten, wir probieren was aus, wenn es nicht klappt, machen wir es anders. Und Ginko macht das auf eine Art und Weise, die ziemlich abgefahren ist. Sprich, wenn ihr euch ein Protein vorstellt, was irgendwas macht, dann hat das bestimmte Bereiche, die sind für die Struktur zuständig, bestimmte Bereiche, die sind dafür zuständig, dass es eine Aufgabe erfüllen kann und ein bisschen Ballast. Und in diesen Bereichen, die relevant sind, also hauptsächlich Struktur- und Aufgabenerfüllung, werden die jetzt Nukleotidbase für Nukleotidbase für Nukleotidbase austauschen, dieses Enzym künstlich herstellen, das per Roboter in eine Hefezelle rein klonieren, diese Hefen dann in einem Mini-Bioreaktor sozusagen oder als In-Vitro-Test einfach gegeneinander antreten lassen und dann aus den, keine Ahnung, 100.000 verschiedenen Iterationen dieses Enzyms, das sie getestet haben, den besten Kandidaten auswählen. Und damit kann man dann viele lustige Sachen sehr günstig machen. Die haben wirklich angefangen mit dem, was ich heute beschrieben habe. Mittlerweile bieten sie ihre Plattform an. Ginko ist nicht an der Börse, Ginko wird das nächste Apple, Facebook, Microsoft werden. Mit ziemlicher Sicherheit, weil das sozusagen in den letzten drei bis fünf Jahren den Grundstein oder von der Herangehensweise auf jeden Fall den Grundstein dafür gelegt hat, was in Zukunft so ein bisschen aus der Bioeconomie kommen wird. Was kann das sein? Chemikalien beispielsweise. In den letzten zehn Jahren sind 50% der Chemie-Nobelpreise an Biologen vergeben worden. Warum ist das so? Chemie unterliegt Problemen. Reaktionen im traditionellen chemischen Raum sind ineffizient bis zum Umfallen. Wenn ich komplizierte Synthese-Schritte habe und in jedem Synthese-Schritt, sagen wir mal, wir haben einen guten Synthese-Schritt und wir haben 5% Abfall, sprich 95% Effizienz, dann kommt am Ende von so einer Synthese-Kette verdammt wenig Produkt raus. Wenn ich das Ganze in eine Zelle haben kann, in eine Zelle transformieren kann, dann schwimmen da so lange die Zwischenprodukte rum, bis die Zelle alle Zwischenprodukte entweder umgebaut oder ausgeschleust oder was auch immer hat. Also die Effizienz ist extrem hoch. Das hat ein Problem mit toxischen Substanzen, das hat ein Problem mit radioaktiven Substanzen, das hat ein Problem mit sehr schweren Substanzen. Alle diese Probleme werden aktuell gerade gelöst. Nahrungsmittel. Ihr kennt sicherlich alle solche schönen Sachen wie Beyond Burger und Cultured Meat und was nicht alles. Fällt alles damit rein. Pharma, Therapie, Diagnostik hatte ich schon so ein bisschen angesprochen. Gehe ich jetzt nicht mehr groß drauf ein. Und eine Sache, die in diesem Kontext auch relativ interessant sein sollte, Datenspeicherung. DNA hat im Gegensatz zum Binärcode vier lustige Buchstaben, mit denen man Sachen speichern kann. Wenn man jetzt mal kurz Mathe kann, kann man damit auf kleinem Raum wesentlich mehr Informationen verpacken. Hinzu kommt, Binärcode kannst du nur in einer Richtung lesen. Oder beziehungsweise in einem Leseraster. Wenn ich irgendwo anfange, brauche ich das nächste Bit sozusagen, damit ich meine Informationen habe, wenn mir nicht gerade irgendwie als Biologe irgendwas abgeht. Wenn ich vier verschiedene Sachen habe, habe ich in einem Informationsstrang drei verschiedene Leseraster, in die ich Informationen rein komprimieren kann. Spoiler Alert, wir gehen sogar noch weiter. Wir konstruieren gerade nichtkanonische DNA-Basen. Um damit, also so ungefähr, also wenn man, wenn man mal so ein paar Publikationen guckt, was Leute parallel machen, haben wir aktuell ein Portfolio von ungefähr 20. Hat das praktische Anwendbarkeit aktuell? Nein. Der Prototyp neulich war glaube ich auch auf Heise, da haben sie irgendein Kaninchen-3D gedruckt, wo die Kaninchen-DNA drin war, um damit wieder ein Kaninchen zu bauen. Sie hatten neulich irgend so einen Minifilm in irgendwas reingebaut, auch in DNA kodiert. Ist ein bisschen blöd, weil wir müssen das erstmal da reintun, dann müssen wir das wieder auslesen. DNA hat aber gegenüber zu so einer CD oder so einem Flash-Speicher den Vorteil, dass die theoretisch Jahrtausende und noch länger hält, wenn man sie vernünftig verpackt. Daraus entsteht die Spekulation, dass man mittelfristig für große Archive, auf die man nicht häufig zugreifen möchte, eher vielleicht mal DNA verwendet. Ich glaube da nicht dran, aber wir werden das sehen. Etwas, was gerade publiziert wurde, ist, was auch relativ groß ist, ist Tissue Engineering und solche Sachen. Kleine biomechanische Naniten zum Beispiel. Hat man hier versucht zu bauen, was man gemacht hat, man hat irgendwie Froschzellen genommen aus der Haut und dem Herzen, hat die irgendwie zusammengebaut und das Ding kann sich tatsächlich ein bisschen bewegen, wenn man es stimuliert. Völlig abgefahren, sehr früher Prototyp. Was kann man damit machen? Im Prinzip alles, wo man kleine sich bewegende Dinger für braucht. Eines, was sie postuliert haben, was ich relativ fancy finde, man kann die Dinger beispielsweise durch irgendwelche großen Arterien durchlaufen lassen und Plack fressen. Sehr, sehr weit raus, aber dahin geht der Heterhozont. Also intelligente Medizin, die könnten dir deine Gentherapie auch genau zu dem Organ hinfahren zum Beispiel, wo du sie wirklich haben möchtest und so weiter und so fort. Muss man die Dinger auch ernähren? Ja. Mit Glucose aus dem Blut zum Beispiel. Zum Beispiel, also bis du sowas so ingenieren kannst, dass man das in irgendeinem Blut, dass es da dann relevant wird, das ist lange, lange raus, aber die wachsen typischerweise in so einer Nährlösung. Also du hast für alle Zellkulturen eine Nährlösung, da sind ein bisschen Spurenelemente, ein bisschen Zucker, ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen jenes drin, da wachsen die. Ich habe das Paper auch selber nicht gelesen, ich habe das, flotterte nur heute Morgen so durch meinen Feed und ich dachte mir, das schmeißt du da nochmal rein, weil es ist relativ interessant und wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen aufmotorisiert, hat man auf einmal kleine sich selbst replizierende Maschinchen, die irgendwas können und da haben wir alle genug Science-Fiction-Filme für gelesen und gesehen, um zu wissen, was passiert, wenn wir das nicht vernünftig kontrollieren. Ja, das ist unser Loser. Ja. Schieben, die gute Idee hat die Zeit. Richtig. Richtig. Eine letzte Folie. Das ist jetzt auch von Twist by Science wieder der aktuelle Börsenbericht für 2020. Wir erwarten mal nur im Bereich Sequencing, synthetische DNA-Produktion und so weiter und so fort konservative Wachstumsraten von 20%. Ich hatte es erwähnt, dass das Bottleneck, die Bottlenecks, die im Prinzip relevant waren, sind aktuell gefallen und oder am Fallen. Das wird ein gigantischer Markt werden. Die US-Regierung beispielsweise hat den gesamten Midwest, was man so als Rust Belt und so weiter kennt, wo außer so ein paar Getreidefeldern nichts los ist an Wirtschaft, jetzt mit absoluter Priorität zum Bio-Belt erklärt, wo man mit horrenden Investitionssummen jetzt versucht, Firmen anzusiedeln und so weiter und so fort, um diesen Markt zu sichern. Ich glaube, ich bin fertig, genau. Insofern, hört doch mal auf! Ja, ich habe es nicht ausgemacht, habe ich kapiert. Insofern ein kleiner Rant. In der Zwischenzeit hat die EU festgestellt, dass Gene böse sind. Das hat dazu geführt, dass man einen Großteil der relevanten Technologie, CRISPR habt ihr alle schon mal gehört, aufgrund aktueller Gentechnikrechtssachen so positioniert hat, dass in Europa keinerlei Forschung und Entwicklung stattfindet. Die Biobranche, die wir nennenswert in Europa haben, abgesehen von kleinen Startups, die irgendwie lustige Sachen machen und so weiter und so fort, sind größtenteils Business-to-Business und solcherlei Geschichten, lokale Vertretungen, derlei Sachen. Ist ein bisschen Problem, weil da ein gewisses Marktwachstum vorhanden ist, was wir gerade nicht wirklich haben wollen, in dem Sinne, wie wir es haben sollten, um zu verhindern, dass unsere Ressource Bildung und Technologie von den Amerikanern und vor allem von den Chinesen geklaut wird. Ich bin in dem Kontext mal gespannt, was in den nächsten Jahren so passiert. Aber Schlagworte wie Gene Drives, also sich selbst in Populationen replizierende DNA-Systeme, die zum Beispiel dafür sorgen, dass alle Moskitos nur noch männlich sind, ist ziemlich cool, wenn man Malaria nicht mag. Wird gerade im Feld getestet in Afrika, ist nicht so cool, wenn man sich mal vor Augen führt, dass so ein Moskito ja für so eine Fledermaus recht lecker ist zum Beispiel. Und wenn man dann so ein ganzes Ökosystem damit nachhaltig beeinflusst, kann das durchaus auch nach hinten losgehen. Zu dem Beispiel, das haben sie gerade gecancelt und haben zwischendrin dann noch Gegenmaß da am Treppen müssen, um lokal die Population wieder sich erholen zu lassen. In Burkina Faso haben sie das am 19.12. freigesetzt. Ich glaube nicht, dass sie das wieder canceln können. Ja, die machen das auch viel bei mir. Ja, also es ist, ja, der Einwand ist richtig, es ist hoch kontrovers und diese hohe Kontroverse führt halt dazu, dass alles, was in den Bereich Symbio fällt, gerne immer so ein Geschmäckle bekommt, weil es sehr starkes Missbrauchspotenzial hat. extrem, extrem starkes Missbrauchspotenzial. Es hat aber auf der gleichen Seite extremes Potenzial, gute Dinge zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass so Leute wie ich euch mal was erzählen, um einfach ein bisschen Awareness zu verbreiten, was gerade so in der Welt vor sich geht, Denkanstöße zu liefern und so weiter und so fort, weil nur der informierte Bürger, der nicht einseitig informiert ist, ist in der Lage, solche Entscheidungen zu treffen, die auch, wie jetzt gerade in diesem Fall oder in Australien in der Regel durch Bürgerentscheide gefällt werden. Und wenn der Politiker kommt, hört keiner dem Politiker zu, weil er der Politiker ist. Wenn der Wissenschaftler kommt, hört keiner dem Wissenschaftler zu, weil er nur der Wissenschaftler ist. Und dann stehen wir da. Sehr plakativ ausgedrückt, aber wir haben, was Biotechnologie angeht, weltweit ein Informationsproblem. und das ist etwas, was man angehen sollte, was man auch angehen sollte an solch kontroversen Themen, wie was passiert mit meiner DNA, weil das, denke ich, Leute sind, Themen sind, mit denen man gut diskutieren kann. Jetzt bin ich vom Thema abgekommen, deshalb höre ich jetzt auf. Aber ja, die Zukunft ist wild und Dankeschön. Applaus Vielen Dank.